So, ich habe jetzt vom letzten Speichern nochmal alles nachgespielt, das war aber jetzt gar nicht so viel. Das war der Abend davor und halt jetzt der Morgen. Allerdings habe ich, glaube ich, ein bisschen was anders gemacht. Also ich habe einmal den Garten gepflegt und hier Unkraut gejätet und Blumen geschnitten und genau, er ist jetzt gerade am Malen. Also es kann sein, er ist halt jetzt noch nicht so weit wie beim letzten Mal. Ein bisschen was war halt anders und er hat jetzt auch noch keine, noch kein neues Outfit. Ich glaube, wir hatten ihm ja eigentlich ein neues Outfit gegeben. Das ist also noch nicht passiert. Vivian ist gerade duschen und wir bereiten uns. Ach ja, und wir haben hier eine Frau angesprochen, die vor der Tür stand und die hat uns dann gesagt, sie hat uns etwas gegeben, was wir testen sollen irgendwie. Aber ich habe es noch nicht gefunden. Ich weiß nicht, was sie meint. Und ich sehe gerade, sie brauchen einen Freund auch für die nächste Beförderung. Also vielleicht ist es ja Britta. Mal schauen. Auf jeden Fall warten wir jetzt gespannt auf den Direktor. Den habe ich natürlich wieder eingeladen. Der kommt um 17 Uhr. Aber wenn du es jetzt servierst, hält sich das so lange? Ich bezweifle es. Ich glaube, ich werde ihm mal sagen, er soll jetzt nicht servieren. Tu es nicht. Danke. Dann soll er... Okay. Bitte Reste weglegen, dann werden wir nachher das nochmal rausholen. Mensch, du bist ganz schön braun, Britta. Wahnsinn. Du kannst ja dich auch mal mit ihr beschäftigen. Ach, sie will schon was von uns. Und zwar ein bisschen plaudern. So. Du bräuchtest Spaß. Was kannst du denn Spaßiges machen? Ach so, ich habe auch noch nicht das Elixier getrunken. Was willst du jetzt von Joshua? Joshua ist auf jeden Fall ausgeschlafen. Wir müssen ihn da gleich mal rausholen. Ja, das kannst du gleich machen. Trink mal dein Elixier, damit du wieder ein bisschen jünger wirst. Wird zum Knacker in 14 Tagen und dann werden wir das wieder ein bisschen... Uh, wie schnell das leer geht. Aber ich finde es mega... Oh, was ist los? Ich finde es halt mega gut gemacht. Meine Lebenszeit wurde um einige Tage verkürzt. Ja, verkürzt. Oh. Wird zum Knacker in 11 Tagen. Das ist gerade schief gegangen. Upsi. Eigentlich wollte ich sagen, dass es halt mega gut gemacht ist, finde ich. Weil, ähm, wenn man in den anderen Sims-Teilen sowas trinkt, dann wird man halt gleich um eine ganze Altersstufe jünger. Wo ist denn unser Wickeltisch? Äh, hatte ich den nicht umgestellt? Hatte ich den nicht hier hingestellt? War das irgendwie vorm Speichern? Den Schreibtisch haben wir. Das haut hin. Okay. Okay. Weiß gerade nicht. Dann hatten wir nämlich, äh, Joshua... Ne, wie hatten wir das gemacht? Outfit planen für Joshua. So, oder? Hatten wir die Outfits geplant? Aussehen ändern und verändern? Ah ja. Okay, cool. Wir können auch Sims verändern, die gar nicht in unserem Haushalt sind. Outfit zusammenstellen. Na, ist das jetzt Outdoor-Outfit oder was ist das für eins? Schlafanzug-Outfit zusammenstellen, Alltags-Outfit zusammenstellen. Okay. Das ist schon mal gut. Und da hatten wir, glaube ich, diese Latzhose. Den können wir nochmal nach dem Schlafanzug-Outfit gucken. Da gibt es echt nur die beiden. Das ist so traurig, ne? Okay. Joshua, du könntest was essen. Das könnten wir tun. Dann lassen wir Joshua einfach mal was essen und die beiden freunden sich ja an. Freundet euch nicht zu gut an, ihr beiden. Aber was soll ich jetzt von dir testen? Was, was ist das? Hier ist auf jeden Fall eine Zeitschrift, eine Muschel und ein Fernseher. Wow. Ist ja noch aus unserem alten Apartment. Die Muschel, die haben wir bestimmt aus dem Urlaub. Und dann habe ich auch noch das hier gesehen, genau. Lebenszeit-Laufbahn-Vorteile. Restliche Punkte, wie wir Novo ausgeben können. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Eine Nebenlaufbahn wählen. Bedürfnisse sinken langsam, Freunde und Spaß. Luxuriöses Leben. Egal, wie karriereorientiert ein Sim sein mag. Urlaubstage halten seine Arbeitsmoral hoch und seinen Kopf klar. Deine Arbeitgeber schätzen dich so sehr, dass sie dir mehr Urlaub genehmigen als deinen Kollegen. Bedürfnisse sinken langsam, Freunde und Komfort. Okay, dann wähle ich mal das. Dann, du hast so viel Zeit damit verbracht, deine Nase in diverse Bücher zu stecken, dass man dich schon glatt für eins halten könnte. Achso, für ein Buch. Mit dieser Interaktion, die du im Reden-Menü findest, kannst du anderen Sims eine Fähigkeit vermitteln, die du gut beherrschst. Sims können dich mit dem Fragen-Menü wiederum bitten, ihnen etwas beizubringen. Das finde ich ganz cool. Es gibt Sims, bei denen die rechte Gehirnhälfte dominiert, Sims, bei denen die linke Gehirnhälfte dominiert und es gibt dich. Da du mit beiden Gehirnhälften denkst, erlebst du Momente der Klarheit, in denen du die Welt um dich herum viel schneller begreifst als Sims. Ja, das finde ich auch sehr gut. Was könnte spannender sein, als das Wissen über das Leben auf einem anderen Planeten? Diese Interaktion ist an allen Teleskopen verfügbar und gestattet dir den Versuch, auf jedem zufällig vorbeifliegenden UFO mitzufliegen. Ja, weiß ich jetzt nicht. So, Nebenlaufbahn. Sie hat Laufbahnwissen. Na, wir könnten ja Laufbahnfamilie nehmen, als Nebenlaufbahn, weil sie ja gerade sowieso im Familienleben ist. Omas Supersuppe, Bedürfnis sinken, langsam Spaß und Komfort, Sozialarbeiterin anflehen. Wo steht das jetzt mit der Familie? Sie will immer noch Spieleentwicklerin werden. Na gut, sie ist immer noch fit, das finde ich auch gut. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau, sie soll das Kind hier füttern. Sehr gut. Und hier liegen die diversen Zeitschriften rum. Eigentlich, ja, für ihn die Kochenzeitschrift. Die sollte er mal lesen. Ich hoffe, er kriegt davon auch irgendwie Vorteile dann. Wieso dreht die sich jetzt so langsam um? Meine Sims drehen sich, glaube ich, schneller um. Ist das die älter, die werden? Was ist hier? Ist hier auch Kochkunst? Ne, lesen, über, Essen, Wetter, Reisen. Na, lies mal übers Reisen. Das ist besser, als jetzt fernzugucken. So, er hat jetzt seinen Kreativitätspunkt erreicht. Und malt diesmal etwas anderes. Habe ich es vorhin erwähnt? Ich habe jetzt Custom Content gelöscht. Also eigentlich dürfte Vivian jetzt keine Probleme mehr haben. Sie hat ja jetzt auch was anderes an. Aber ich wollte halt nicht, dass es noch mehr Probleme gibt. Vivian verliert Begeisterung für Kunst und Handarbeit. Ja, ist okay. So, und du? Eignest dir hier Wissen an übers Kochen. Joshua könnte mal wieder auf die Toilette gehen. Wer hat denn Lust? Ich glaube, du hast mehr Lust. Dann leere das mal. Und dann kannst du ihn mal beibringen, auf Toilette zu gehen. Du müsstest langsam mal aufhören zu malen. Ich glaube, du malst ein anderes mal weiter. Geh lieber auch mal aufs Klo. Und... Was machst du dann noch? Vielleicht nimmst du einen Sprudelbart. Wer bist du? Alice? Alice? Okay, kannst du mal alle begrüßen? Guten Tag. Was wollen sie? Hä? Kennen wir uns so gut? Das ist deine Begrüßung oder was? Was ist das denn? Okay. Wer bist du denn? Hallo? Hm. Hey, ich habe gerade in mein Adressbuch geschaut und kam auf die Idee, dich nochmal anzurufen. Wir haben lange nichts mehr voneinander gehört. Ich wollte mich nur mal melden. Ich habe noch ein paar Anrufe zu erledigen, aber wir könnten uns später treffen. Vielleicht zum Shoppen? Hans-Peter Link. Okay. Sie sitzt hier mit ihrer Zeitschrift. Wer auch immer sie ist. Also, ich habe keine Ahnung. Kennst du sie irgendwo her? Nö, ne? Auch nicht wirklich. So, Luis ist sein Sohn. Ich muss mal gucken, wen er genau. Alina Antonini oder so mit der hat er sich. Das ist, glaube ich, seine Arbeitskollegin. Dann Emma Baum. Kann ich mich auch gerade nicht erinnern. Sigmund und Hans-Peter. Mit ihm wollte er sich unbedingt auch anfreunden mit Hans-Peter Ottomas, aber hat er jetzt noch nicht so wirklich. Aber Hans-Peter Link, müssen wir uns merken, der wollte jetzt was von uns. So, Vivian. Spaß geht jetzt nicht so wirklich hoch. Es ist 17 Uhr. Ah, warte mal. Ist sie Direktorin? Nee. Jetzt kommt der Direktor. Direktor Boris ist zum Abendessen eingetroffen. Viel Glück. Du solltest ein leckeres Menü servieren und dafür sorgen, dass Boris sich amüsiert. Vielleicht kannst du Boris ja mal das Haus zeigen. Okay. It's Showtime. Erstmal wirst du Reste nehmen und dann wirst du Manuel Adams hat der Sinn. Warte mal. Begrüß den mal. Ich weiß gerade nicht, wo der herkommt, aber geht doch jetzt nicht schlafen. So, du holst das Essen und du machst das. Nee, das muss warten. Du wirst mal Boris Müller begrüßen. Ja. Einfallsreicher Name. Aber klar, ich meine, man kann natürlich auch so heißen. Ach, beeil dich. Und du musst das Kind begrüßen. Ah, zieh dir bitte was anderes an. Ey, du kannst doch nicht in deinem Schlafanzug hören. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wir hatten die Sandwiches eigentlich fertig gemacht. Null Punkte Essen, Null Punkte Führung. Wow, das ist ja geil, ey. Null Punkte Konversation. Okay. Wie zeige ich ihm jetzt das Haus? Rundführen. Okay. Dann tu das mal. Und Vivian soll bitte, du solltest, Vivian, 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 du isst jetzt nicht, sondern du servierst bitte. Wie geht denn das? Ein kleiner Rundgang wäre nett. Dann kann ich mir ein Bild davon machen, ob deine Familie zu unserer Einrichtung passt. Ich wollte eigentlich, dass du dich mit dem hier anfreundest. Du kannst mal mit ihm plaudern. Und hast du schon ein Hobby? Musik und Tanz, kannst du sagen. Ja, doch. Dann erzählst du noch eine Geschichte über Sport. Eigentlich über Kunst wäre vielleicht besser. Egal. Okay. Vivian isst jetzt einfach. Ach man, Vivian. Aber wieso kann sie denn nicht servieren? Das finde ich blöd. Ah. Oder soll sie noch schnell was kochen? Vielleicht Nudeln mit Käsesoße. Na, dann mach das einfach. Ich brauche jetzt einfach was. Der führt ihn rum. Hallo, hast du ihn rumgeführt? Ey, du sollst ihn rumführen. So, muss ich da jetzt hingehen und der kommt mit? Oder wie geht das? Ach so, das ist ja verrückt. Also das hier ist unser Flur. Das ist jetzt nichts Besonderes. Dann gibt es hier unser Wohnzimmer. Wo gerade einiges los ist. Kann ich dann dazu was machen? Okay, er freut sich über das Wohnzimmer. Dann hätten wir hier die Küche, wo meine Frau gerade Essen macht. Das finde ich so cool. Genau deswegen will ich halt Sims 2 spielen. Da gibt es so viele Sachen, die ich nicht kenne, weil ich es ja nie gespielt habe. So, Zimmer zeigen. Okay. Dann gehen wir mal nach oben. Ich weiß nicht, Badezimmer interessiert sie? Das war Badezimmer. Ich zeige ihnen unser Schlafzimmer. Ey, ey, ey. Was macht denn er jetzt? Ach so, er riecht kurz. Okay. Riechen ist okay. Ja, mach mal weiter. Das ist mein Kind, mein Sohn. Ja, jetzt serviert sie nämlich das Essen. Das ist super. Aber doch nicht nur für dich, Vivian. Mädel. Alter. Wieso kann ich nicht das Essen servieren? Meine Güte. Okay. Er macht sich gleich in die Windel. Vielleicht kannst du ihm kurz beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Er kommt jetzt hier hoch. Da ist auch unser Kater. Es ist schon spät. Ich mache jetzt die Düse. Ey, Junge. Bist du gar nicht der Sohn vom Direktor? Okay. So, du hast schon voll Hunger. Du wartest aber. Warte bitte. Zusammenspielen. So, der Direktor muss jetzt noch dieses Zimmer hier sehen. Zimmer zeigen. Oh, wir haben richtig viele schon. Führung 36. Okay, dann zeige ich ihnen noch das Kinderzimmer. Vielleicht interessiert sie das auch. Und was ist eigentlich deine Erklärung, warum du im Schlafanzug bist? Gott, oh Gott, oh Gott. Amadeus, ehrlich, ey. Schlafanzug, dem Direktor alles zeigen. Na ja, okay. Da haben wir jetzt immer noch 36 Punkte. Dann zeige ich ihm halt noch dieses Badezimmer hier. Danke für die kleine Führung. Es hat mir sehr gefallen, dein Haus zu besichtigen. Okay, er hat die jetzt selber beendet, oder? Okay. Konversationen haben wir 23. Wie wäre es denn, wenn wir jetzt essen? Oh nein, der Kater isst die Suppe. Dann mache ich mal... Na, wie kann ich denn jetzt zum Essen rufen? Wie kann ich denn sagen, wir wollen jetzt... Achso, das muss ich ihm sagen, ne? Wartet, einmal ganz kurz. Umziehen. Alltagskleidung bitte. Und dann zum Essen rufen. Vivian, du musst schnell herkommen. Du darfst dann das hier essen. Und du darfst dir eine Schüssel nehmen. Kind tragen. Wo trägst du denn dein Kind jetzt hin? Du trägst jetzt dein Kind bitte nicht. So, das Kind fällt fast um. Nimm dir bitte auch eine Schüssel. Ja, du darfst mich nicht alleine essen lassen. Jetzt komm schon. Oh, jetzt ist da eine Frau in Unterwäsche oder so. Was soll denn das? Was machen die Ladies jetzt hier? Die wollen uns das aber echt vermiesen, oder? Oh nee. Okay, wir haben noch 3 Minuten 56. Jetzt kommen hier irgendwelche Mädels, ey. Ach, weil ich die zum Essen gerufen habe. Aber, ach, die waren im Whirlpool. Oh, das ist jetzt natürlich, das ist jetzt schwierig. Das ist jetzt schwierig. Vivian, bitte. Was tut sie denn jetzt? Sie geht jetzt einfach schlafen. Nimm dir eine Schüssel. Mensch, Mädel, los jetzt. Geh jetzt nicht schlafen. Wir brauchen dich. So, ich kann aber auch nichts machen. Also, kann nur hoffen, dass er sich hier mit den Mädels amüsiert. Also, Louis sieht auf jeden Fall sehr glücklich aus, aber. Ach man, ey, da kommen die hier im Bikini an. Das ist echt ein bisschen peinlich, muss ich sagen. So, ja, Jimmy, ich hoffe, dir hat es geschmeckt. Also, normalerweise geht es hier nicht so drunter und drüber in unserer Familie. Das ist heute irgendwie ein Ausnahmetag. Ich hoffe, sie kriegen jetzt keinen falschen Eindruck von uns. Aber unser Sohn, der ist wirklich sehr talentiert. Als Kind hat er ganz viel Musik gemacht und er lernt sehr schnell. Und er benimmt sich immer hervorragend. Er wäre bestimmt sicher... Bestimmt sicher? Er wäre sicher gut aufgehoben auf ihrer Schule. So, du musst jetzt auf jeden Fall dann schlafen gehen und... 34 Punkte fürs Essen. Cool, wir haben aber schon mehr, als wir brauchen, glaube ich. Vielleicht ein bisschen über die Schule plaudern, wenn du aufgegessen hast. Jimmy, der ist jetzt die nächste Mahlzeit hier. Ich hoffe, es schmeckt, Jimmy. Du unterhältst dich. Uh, uh. Der Direktor ist begeistert von deiner Familie. Louis wird an der Privatschule angenommen. Geil. Cool, das war ein voller Erfolg hier. Und Vivian kann sich jetzt freuen. Geil, cool. Obwohl es hier so drunter und drüber ging, haben wir es geschafft. Gut, wahrscheinlich ist das auch nicht so schwer, aber ich habe es halt noch nie gemacht. Jo, okay. War nett mit dir. Du siehst auf jeden Fall sehr witzig aus. Oh, da war ich gerade in einer Frau drin. Achso, ich wollte mal zwischendrin wieder speichern. Nicht, dass nochmal was passiert hier. Das hat mir sehr viel Spaß bereitet, auf jeden Fall. Du darfst jetzt mal ganz kurz abspülen. Sie wünscht sich aber auch ein Kochbe... Oh, sie wünscht sich auch noch ein Baby. Wollen wir da dran arbeiten? Sein Wunsch ist aber weg. Aber er wünscht sich Vivian zu küssen. Das können wir auch gleich machen. Vivian spürt jetzt mal kurz ab. Du... Na, du gehst da nicht ins Bett. Du gehst einfach mal ganz kurz auf die Toilette. Vielleicht noch duschen. Er geht gleich ins Bett. Der kleine Mann ist im Bett. Sehr gut. Vivian hat hier vielleicht noch ein bisschen was zu tun. Und dann wirst du auch gleich die Gäste nach Hause schicken. Damit wir alleine sind, bitten zu gehen. Alle. Aber ja, war ja ganz nett mit ihnen. Ali, Alice und Britta. Schön, dass ihr da wart. Aber jetzt dürft ihr auch sehr gerne gehen. So, und wenn du fertig bist, kommst du her und küsst deine Frau. Eng umschlungen. Du wünschst dir ein Bücherregal kaufen. Das stimmt, wir haben nämlich gar kein Bücherregal. Das wäre wirklich mal ganz gut. Auf Wiedersehen. Nein, ja, um Gottes Willen. Wie müde bist du denn? Ziemlich müde. Hältst du es noch aus? Ich möchte gerne, dass dein Mann dich noch ein bisschen betüttelt. Ich möchte gerne an dir am nächsten Kind arbeiten. Was ihr euch ja noch wünscht. Das ist mega süß. So, das hat alles wieder hier durcheinander geworfen. Mit Vivian flirten. Mit Alice anfreunden. Flirten und Rückenkraulen können wir dir gerne. Ähm, ja. Möglichen. Rückenkraulen, Rückenkraulen. Wo war das? Ey, ich habe keine Ahnung, wo Rücken kraulen. Dann ist es mir aber auch egal. Dann, bevor Vivian nämlich gar nicht mehr kann, werdet ihr euch hier beide dann entspannen. Und dann machen wir ein Baby. Baby Nummer 3. Obwohl ich sagen muss, das ist echt ein bisschen anstrengend mit den Babys hier in Sims 2. Also Babys gehen ja noch, aber die Toddler dann, das ist schon irgendwie, die schlafen immer nur ganz kurz. Und dann sind sie die ganze Nacht wach und so eine Sachen. Naja. Nicht so einfach wie in Sims 4. Oder 3. Ich glaube, selbst in 3 war es noch ein bisschen einfacher. So, wer von euch, also eigentlich wolltest du zuerst ein Baby, ne? Jetzt ist der Wunsch aber weg. Dann wird Vivian das machen. Baby machen. Tschakalaka. Und dann muss ich daran arbeiten, dass sie wieder ein bisschen jünger wird, weil wir brauchen noch mehr Zeit. Kann ja nicht sein, dass die dann schon zu Senioren werden, wenn sie noch kleine Kinder haben. Das will ich nicht. So, ich hoffe, du wirst nicht wach davon, Luis. Aber das muss gefeiert werden, dass du auf eine Privatschule gehen kannst. Das ist mega cool. Und das war's. Da kriegt man kein Geräusch. Doch, es kommt ein Geräusch. Es hat gefruchtet. Sehr schön. Dann schlaft mal eine Runde, bis euer Kind wach ist hier unten. Oh, er ist schon wach. Was braucht er denn? Hunger und Hygiene. Dann wirst du ihn einfach mal knuddeln. So, jetzt können wir wieder mehr machen. Du kannst ja so ein bisschen... Ja doch, kitzel ihn mal ein bisschen. Wir haben ihm noch nicht laufen beigebracht. Ah, das muss ich unbedingt noch machen. Warum hast du eigentlich Hunger? Du hast doch mit dem Direktor gegessen. Mensch. Wenn wir ihn wickeln, müsste er ja auch sauber werden, oder? Ah, da müssen wir nach oben gehen. Darauf habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Dann setz ihn mal hier rein. Und der Wall wird er dann einfach einen Saft trinken oder so. Aber, ihr Lieben, ich glaube, ich mache jetzt hier Schluss für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, wie immer. Wünsche euch eine wunderbare Woche und einen tollen Tag. Und ja, dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.